Stell dir einfach vor, du bringst deinen alten Opel Astra in die Werkstatt zum Durchchecken und bei der Anmeldung sagt dir der Kfz-Meister, ach, also die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht genug Motoröl und Getriebeöl in der Karre hast, die ist so verschwindend gering, das testen wir gar nicht. Ja, herzlich willkommen, eine neue Folge Schmerz beiseite. Heute lange Rede, kurzer Sinn, heute geht es um meine Meinung der Notwendigkeit von Vitamin D3. Vitamin D3 wird gebildet bei uns in unseren Breiten im deutschen Raum, etwa nur zwischen Anfang April und Ende September, nämlich über die Einstrahlung der Sonne auf unserer Haut. Zu 90% etwa. Die anderen 10% nehmen wir geringfügig durch Nahrung auf, war meistens nur durch richtig fetten Fisch. Also wir können unsere 100% an Vitamin D3 durch Nahrung nicht zuführen. Also nochmal ganz klare Fakten, wir können es durch die Nahrung nicht im ausreichenden Maße zu uns nehmen und es wird ausschließlich gebildet über die Sonneneinstrahlung zwischen April und Ende September. Das hat zur Folge, dass wir zwischen September und Ende März, Anfang April, ganz, ganz sicher kein Vitamin D3 synthetisieren und es dadurch ganz automatisch zu Mangelzuständen in unserem Körper kommt. Wie das im Sommer ist, ist auch kritisch. Also früher, als unsere Vorfahren noch den ganzen Tag im Sommer mit kurzen Hosen und T-Shirts oder freiem Oberkörper im Sommer durch die Gegend marschiert sind beziehungsweise Ackerbau und Viehzucht betrieben haben, haben die sicherlich ausreichend Vitamin D3 aufgenommen und das dann halt auch im Fettgewebe für den Winter speichern können. Und die Zeiten sind vorbei. Wir immer schön mit Sonnenöl und langen Klamotten und möglichst wenig in die Sonne. Für den Hautkrebs ist das gut, aber für die Vitamin D3-Synthese auf und in unserem Körper ist das denkbar schlecht. Wir haben in Deutschland etwa 90 bis 95 Prozent Vitamin D-Mangel. So die Meinung von sehr, sehr vielen. Nicht von allen. Zum Beispiel von dem Kfz-Meister am Anfang dieses Videos. Das heißt, es gibt tatsächlich Ärzte und auch Kollegen und es gibt Menschen und Wissenschaftler, die sagen, nein, wir haben keinen Vitamin-Mangel und Vitamin-D-Mangel sowieso nicht und D3 schon gar nicht. Meine Beobachtungen aus der Praxis sind aber so, wenn ich Patienten rate oder bitte, in der Apotheke oder beim Arzt mal den Vitamin-D3-Status überprüfen zu lassen, dass alle, wirklich 100 Prozent dieser Patienten, mit einem Mangel aus der Apotheke oder vom Arzt gekommen sind. Mangel definiert das Robert-Koch-Institut so, ich habe da mal was gegoogelt, von einem Vitamin-D-Mangel spricht man, wenn Vitamin D im Körper über einen längeren Zeitraum fehlt und klinisch relevante Symptome auftreten. Im Fall von Vitamin-D sind dies zum Beispiel Rachitis oder Osteomalazie. Rachitis und Osteomalazie, das sind Knochenerkrankungen. Das Robert-Koch-Institut sagt also, wenn die klinisch relevant da sind, dann haben wir einen Vitamin-D-3-Mangel. Das ist schon eine ziemlich harte Nummer. Das Problem bei Vitamin-D3-Unterversorgung oder Mangel ist, man fällt nicht sofort tot um und man kriegt auch keine superschwere Krankheit von heute auf morgen. Dem Vitamin-D3 wurde lange Zeit nur Knochenfunktion zugeordnet. Das weiß man inzwischen besser. Man weiß jetzt, dass jedes unserer Organe Vitamin-D3-Rezeptoren hat und daraus schließt man, weil im Körper ist eigentlich nichts einfach so da, dass jedes Organ Vitamin-D3 braucht. Dadurch kann bei Vitamin-D3-Mangel natürlich an jedem dieser Organe ein Defizit herrschen. Die bekanntesten sind natürlich die Knochenerkrankungen. Dann haben wir aber durch die unfassbare Wirkung aufs Immunsystem Immunreaktionen, die nicht so vonstatten gehen können, als hätten wir ein Guthaben im Vitamin-D3-Bereich. Ganz, ganz wichtig sind die neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen. Das heißt, Parkinson, MS, all diese Geschichten hängen direkt mit Vitamin-D3-Mangel zusammen. Also, wenn Oma und Opa schon langsam anfangen, wunderlich zu werden, dann schleppt die zum Arzt oder zur Apotheke und lasst mal den Vitamin-D3-Status bestimmen. Wenn die nämlich unter 30 sind, dann ist das nicht unbedingt ein Wunder, dass die wunderlich werden. Dann kommen dazu die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die inneren Erkrankungen. Eigentlich alles, was in unserem Körper vonstatten geht, da ist Vitamin-D3-Beteiligt. Und da können wir uns dann die Frage stellen, reicht es aus, wenn wir mal so gerade bei 30 liegen, so bei 28 oder 32, oder wäre es dann vielleicht nicht ganz gut, wenn wir zum Beispiel bei 40 oder 50 oder 60 liegen? Das könnt ihr bestimmen lassen. Dem Vitamin-D3 wird zugeschrieben, dass je mehr wir davon haben, dass auf Genebene krankmachende Gene gehemmt werden und gesundheitsfördernde Bereiche von Genen gepusht werden. hat zur Folge, je niedriger der D3-Spiegel ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die positiven Aspekte von D3 nicht so stattfinden und dass die negativen Aspekte von Gengeschichten überhand gewinnen könnten. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ja. So, und wie können wir denn nun sicherstellen, dass wir genug Vitamin D3 zu uns nehmen, auch in den kalten Jahreszeiten? Ja, im Sommer können wir natürlich mit freiem Oberkörper im Schwimmbad und so, das ist nicht das ganz große Problem. Aber man hat halt auch festgestellt, dass ganz, ganz viele Kinder zum Ende des Sommers auch ein Vitamin D3-Defizit haben. Und gerade Kinder laufen ja nun, sollte man meinen, eigentlich mit kurzen Klamotten durch die Gegend, wenn sie sich nicht von oben bis unten noch mit Sonnenöl einschmieren, weil dann findet diese Synthese auch nicht statt. Ich nehme seit Jahren Vitamin D3 nahezu jeden Tag in Tropfen oder in Kapselform. In Kombination mit Vitamin K2, das sorgt dafür, dass dem D3 Bescheid gesagt wird, wo es hin muss. Nicht, dass es sich in den Gefäßen ablagert und so weiter und es dann zu Herzkreislauf, Herzkranzgeschichten kommen kann. Es ist ziemlich schlau, einmal den Wert bestimmen zu lassen, dass man sieht, aha, wo liege ich? Und danach kann ich dann handeln. Dann gibt es Präparate in der Apotheke oder zum Beispiel beim Online-Versandhändler. Angenommen, wir haben das Ergebnis 20, das bedeutet heftige Unterversorgung. Dann muss substituiert werden, mittels Kapseln oder Tropfen. Dann nimmt man für eine gewisse Zeit, zwei oder drei Wochen, sehr, sehr hoch dosiert Vitamin D3 mit K2. Das sind dann etwa so Größenordnungen von 10.000 bis 20.000 internationalen Einheiten, so nennt sich das IE. Und dann lässt man den Wert wieder bestimmen. Das heißt, nach drei Wochen hoher Dosierung wieder zur Apotheke oder zum Arzt den Wert bestimmen lassen, der liegt dann zum Beispiel bei 50, 60 oder 70. Dann kann man in diesem Bereich weiterarbeiten. Das heißt, man braucht dann nicht noch höher dosieren, so dass man 100 oder 120 oder 130 hat, sondern man reduziert dann die Menge auf zum Beispiel 4.000 oder 7.000 internationale Einheiten, die man dann jeden Tag nehmen sollte. Ja, jeden Tag nicht einmal in der Woche 20.000, sondern jeden Tag 4.000 oder 7.000 oder 8.000 Einheiten. Nach einem Vierteljahr wieder den Wert bestimmen lassen und dann seht ihr, ob ihr weiter hochmarschiert seid, Richtung 80 oder 90 oder wieder weiter runter. Und so kann man sich damit wie lange genau beschäftigen oder aufhalten. Richtig, genau, bis zu unserem letzten Tag auf Erden. Ja, wie lange sollte man denn diese Vitamine substituieren? Im Prinzip genauso lange, wie man ein Auto fahren möchte. Das Problem bei uns ist, wir haben nur diesen einen Körper. Beim Auto ist es halt so, man hat die Tendenz, wenn das Auto kaputt ist, dann lässt man es reparieren und wenn es dann irgendwann über ein gewisses Maß an Kosten, Explosionen geht, dass man sich dann ein neues kauft. Das ist bei unserem Körper nicht nur schwierig, sondern es geht nicht. Wir haben nur diesen einen Körper. Und je älter der wird, desto besser sollten wir halt auch damit umgehen. Und ob es dann sinnvoll ist, uns darauf zu verlassen, dass der Kfz-Meister sagt, also wir brauchen da gar nicht messen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Ölmangel hat, ist so gering. Im Falle unseres Körpers sollten wir, wenn er 40, 50, 60, 80 oder 90 Jahre alt ist, sollten wir so gut damit umgehen und ihn so pflegen, wie man etwas pflegt, was einmalig ist. Weil wenn das dann nicht mehr so richtig funktioniert, hört die Gesundheit auf und hört dann auch irgendwann das Leben auf. Und bis zu dem Zeitpunkt werde ich jeden Tag oder jeden zweiten, ab und zu vergesse ich das auch mal, meine D3-Tropfen nehmen. Kann man denn Vitamin D3 überdosieren? Natürlich kann man. Man kann alles überdosieren. Man kann sogar an Wasser sterben, wenn man zu viel davon trinkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier intensive Nebenwirkungen auftreten, ist so unfassbar gering, dass man sie tatsächlich vernachlässigen kann. Ihr könnt ja jedes Vierteljahr oder jedes halbe Jahr oder jedes Jahr den Vitamin D3-Wert nehmen lassen. Und solange der nicht bei 180, 200 oder 500 ist oder ihr nicht jeden Tag so eine Flasche trinkt, könnt ihr das getrost vergessen. Im Zweifelsfall natürlich den Arzt oder Apotheker fragen. Es gibt dann halt aber auch viele Ärzte und Apotheker, die sagen, also 4000 Einheiten am Tag, das ist brutal überdosiert, das ist also nicht gesund. Dann kann man halt auch die Gegenfrage stellen, wie hoch soll unser Wert sein? Und dieser Wert ist Minimum, also Ölstab, Untergrenze. Ja, wenn unser Wert nun da drunter ist, dann brauchen wir halt auch schon eine gewisse Menge an D3, damit wir da wieder rauskommen aus dieser Nummer. Und das wollen wir ja dann auch, ne? Ja, Blume, ich nehme meine Tabletten. Ich habe jeden Tag nämlich sechs Tabletten und Tropfen auch noch. Und jetzt soll ich das auch noch nehmen? Nee, das lohnt sich irgendwie nicht mehr. Ja, das lohnt sich nicht mehr. Dieser Meinung kann man natürlich sein und man kann sich auch so verhalten. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt aber auch nicht ganz gering, wenn man eine Vitamin D3-Unterversorgung hat und einen Mangel hat, dass man das ein oder andere Medikament, was man aufgrund von unterschiedlicher anderer Krankheiten hat, eventuell durch einen Ausgleich von Vitamin D3 reduzieren oder sogar absetzen könnte. Ich würde das einfach mal probieren. Denn so gering ist die Wahrscheinlichkeit nicht, wenn ich meinen Vitamin D-Spiegel mal richtig schön nach oben bringe, dass das ein oder andere Zipperlein in unserem Körper geringer wird oder sich verabschiedet. Und ob sich etwas lohnt oder nicht lohnt, das ist dann schon eine Frage der eigenen Verantwortung und der eigenen Wertschätzung. Also wenn ich, angenommen meine Oma mit 85, wenn ich das mit dem Auto vergleiche, das 85 Jahre alt ist, und ich habe nur dieses eine Auto, ich habe auch nur diese eine Oma, dann würde ich schon zusehen, dass ich das oder die so gut pflege, dass ich mir hinterher vielleicht keine Gedanken machen muss. Ja, ich habe mir natürlich richtig schön viele Dinge aufgeschrieben dazu und es gibt richtig, richtig viele supergute Videos, zum Beispiel von Dr. Jörg Spitz. Ich werde dazu auch gleich anschließend unten noch ein bisschen was verlinken dazu, wo ihr euch schlauer machen könnt. Ich werde auch dieses Präparat verlinken. Das schneidet in den Tests, hat in den Tests sehr, sehr gut abgeschnitten. Das könnt ihr euch kaufen, müsst ihr aber nicht. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema D3, dann macht euch schlau. Ihr findet das im Netz ohne Ende und fragt euren Arzt oder Apotheker und fragt Leute, die sich damit beschäftigen. Es haben sich halt nicht alle Ärzte und Apotheker, weiß ich nicht, damit ausreichend beschäftigt. Aber wenn der Ratschlag dahin geht, ziemlich vorsichtig mit einer hohen Dosierung zu sein, dann würde ich mir einfach noch eine zweite oder eine dritte oder eine vierte Meinung einholen. Ja, so einfach ist das denn. Also, wenn euch dieses Video Spaß gemacht hat, euch vielleicht ein bisschen, ja, ganz wichtig, also selbst die Fußballer draußen, wir hatten damals bei 96, haben wir die D3-Werte genommen, regelmäßig. Und es war tatsächlich so, dass 90 Prozent der Fußballspieler D3-Mangel hatten. So, und das führt natürlich zu inneren Erkrankungen, früher oder später. Und es führt dazu, dass nun Muskel, Gelenke, Wirbelsäule, Knochen in gewisser Weise unterversorgt werden. Wozu das führen kann? Zerrung, Faserriss und so weiter. Ja, das könnt ihr alles nicht nur mit Vitamin D3 ausgleichen, aber dadurch, dass das so unfassbar bei allen Funktionen im Körper ist, würde ich das positive Risiko einfach mal eingehen und ab morgen damit beginnen. Und wenn ihr Menschen habt, die euch am Herzen liegen, dann zeigt ihnen entweder dieses Video oder ein anderes Video, wo das D3-Problem einfach mal dargestellt wird. Und dann wünsche ich euch, das ist das Allerwichtigste, dass ihr gesund bleibt. Ciao.